Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Pokémon Uranium ja beim letzten Mal hatten wir eine anstrengende Reihe Tests hinter uns und jetzt haben wir das Mega-Armband gekriegt und jetzt erklärt er uns das der Stein im Innern ist ein Katalyst der Pokémon die im Ergabe-Revolution vollziehen kann muss es den entsprechenden Stein tragen die zwei Steine werden in der Hütze des Kampfes miteinander reagieren bei den Pokémon erlaubt es dir volles Potenzial zu entwickeln das ist ein Punkt ein Pokémon das die Wege-Armulationen für sie kann Achilles okay sehr gut wie sieht es mit dir aus ja den habe ich schon eine sehr gute Wahl okay schon ich kann auch die Mega-Evolution ich habe sie gleich ausgerüstet und es wurde es tut mich alle okay ich muss jetzt gegen den Theo kämpfen mit oh Gott wie sieht der denn aus er ist auf jeden Fall Erwachsener geworden target okay mal sehen wie das aussieht es sieht cool aus sehr cool sogar und Johnny naja ich sehe es nicht wirklich weil sich nur sein Kopf dreht okay es ist dunkler geworden das gefällt mir na das überlebte ich nicht oder du überlebst doch ich überlebst und du den Surfer überlebst nicht bitte 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 yes tot immer noch stärker als du Theo keine Ahnung okay du bist eigentlich Gift muss ich zuerst hochheilen sorry okay mein ganzes Team wurde geheilt wahrscheinlich hoffe ich jetzt mal Lammbombe und wieder direkt vergiftet natürlich oh man nehme ich natürlich Doppelschaden aber nehme ich mal den Hyper oder ne nicht der Hyperheiler oder doch weiß nicht ich nehme mal eine Schlammbombe jetzt muss ich gleich nochmal meine KP regenerieren nein KP bitte ach komm schon das dauert jetzt wieder ewig um den Theo zu besiegen bitte nicht wieder es krittet mich ja klar kackvieh eh ich werde trotzdem mal den Surfer einsetzen ja ja komm bitte mach genügend Schaden wenn es viel los zu werden doch nicht ganz auch mal eine Schlammbombe ist mir egal das werde ich überleben komm schon das werde ich überleben habe ich gesagt Fundensprung das war das für dich Level Up für Shroney Napirilla du bist Kampf ne brauche ich schon eher meinen Pajay das ist ein komischer Schrei au ich würde erst mal dir den Garaus machen bevor ich Shroney wieder hochheile okay du bist zurückgeschreckt das ist sehr cool hallo mach mal okay das ist zurückgerufen das war trotzdem sehr dumm von dir weil es ist zwar Elektro ich hoffe mal nicht dass es schneller ist als ich denn ich bin noch Feuer das war wirklich sehr doof von dir Theo muss ich sagen hast du nicht sehr gut überlegt ich werde jetzt trotzdem mal Shroney kurz hochheilen ich hoffe mal nicht dass es mir viel machen kann Shroney wo bist du? da bist du Super Power Super Power Super Power Tocke ist gesunken Tocke ist gesunken Ja Zagut Essen noch dann werde ich dich noch kurz besiegen so sind es dann drei seiner Viecher down was hat er noch? ach das Schaf das ist ebenfalls Kampf dann werde ich zuerst Paytel mal heilen so ich hoffe nicht dass das Schaf irgendwas starkes gegen mich ausrichten kann ja das schon mal nicht ach dieser Kackhagel ach dieser Kackhagel ich glaube nicht dass das ausreicht ne wusste ich doch Autsch das tut wie sehr sogar er hat noch dieses komische Elektro Pflanzenviel ach ja ich habe jetzt Glaciola genau ja das war das oder? ich glaube es war das jawohl es ist 8 Level über mir aber ich kann den Blizzard einsetzen bitte das überlebst du bitte Glaciola bitte bitte das überlebt ist sogar ziemlich gut yes sehr gut Nummer 49 ich hab dich wieder besiegt lalalalala sieht's aus als hätte ich wieder verloren haha manche Dinge werden sich nie ändern sogar nicht mal mit der Power der Mega Evolution natürlich hattest du auch ein Mega auf deiner Seite also bin ich nicht überrascht ihr habt gut gekämpft ich habe nicht so ein aufregendes ich hab seit Jahren nicht mehr so einen aufregenden Kampf gesehen es ist klar dass jeder von euch eine unglaubliche Reise hinter sich hat jetzt dürft ihr die Mega Evolution behalten und benutzt sie weise erinnert euch daran was ihr in der Prüfung gelernt habt werde ich gut jetzt wünsche ich euch viel Glück auf auf eurer Reise danke und ich laufe von selbst Chana ich denke wir sollten dem Professor von der Mega Evolution berechnen ich werde ihn auf meinen PokéBot anrufen jawoll du das hallo Theo Professor ich bin hier mit Chana oh ich sehe dir das an Chana ist auch da also was gibt's du wirst es nicht glauben Chana und ich haben gerade den Arenaleiter Varyn besiegt und er hat uns diese Megarin gegeben jetzt können wir die Kraft der Mega Evolution benutzen Mega Evolution? das sind fantastische Neuigkeiten es sieht so aus als würdet ihr jetzt ein Upgrade für eure PokéDecue benötigen ähm es sieht so aus als würdet ihr immer noch ins Snowbank also würd ich kurz rüberfliegen okay wir sehen sich gleich Professor also Chana wir sehen uns später okay Theo Hi ja danke ich geh zurück okay oh yeah ja das ist ziemlich cool dieser Mega Evolution ich werde mich kurz heilen dann werde ich nachsehen wo der Professor wartet wahrscheinlich da unten hallo willkommen hallo hallo ho hallo ja danke fürs heilen und bis irgendwann krieg ich jetzt fliegen bitte ich würde so gerne fliegen ich geh zuerst einkaufen so einkaufen Hypertränke G 10 Beleber 8 Schieperbälle 3 und dann werde ich noch 5 Obertränke kaufen ja vielen Dank und bis zum nächsten Mal ist das eigentlich ein Typ oder eine Frau ich weiß es nicht so genau kann ich jetzt irgendwo hier hinten hin ne da gab es ja nicht mehr nix mehr muss ich wieder zurück nachher ich muss ja den Taucher auch noch kriegen b ach das ist schon der Professor und Theo Schala ich bin auf Pächer hier rüber geflogen als ich den Anruf und Theo gekriegt hat ja es war hilfreich dass ich bereits in East in Osttandor war ich habe ein paar Wellen genommen äh ich meine ich habe wichtige Feldforschung betrieben äh ist es wahr? ihr habt den Arenaleiter besiegt und die Kraft der Meergevolution erhalten ja Schala und ich haben auf der Spitze des Berges gekämpft es war super sehr gut oh Gott es ist so lange her seht euch nur aus wie ihr gewachsen seid ich erinnere mich noch daran als ihr zum ersten Mal in mein Labor gekommen seid um einen Trainertest zu machen und du warst nicht sehr glücklich über dein Resultat Theo ja erinnere ich mich daran aber jetzt bin ich froh dass ich Achilles habe wir konnten zusammen die Megavolution durchführen in der Tat wie du weißt wurde die Megavolution gerade erst in der Chaos Religion entdeckt es beinhaltet eine Reaktion zwischen dem Megastein der von einem Pokémon gehalten wird und dem Schlüsselstein so wie der in deinem Armband im Mega Armband diese Reaktion macht es möglich die Bindung dir an dein Pokémon zu teilen es sind einige Thunder Pokémon fähre ich die Megavolution auszuführen auch die Störter die ich euch gegeben habe um sie entwickelt zu können müsst ihr Megastein empfinden sind überall in Tando versteckt ich kann euch nicht genug sagen was ihr die finden könnt es ist eine Schatzüge süß ja das ist richtig wenn ich die Mega Pokémon wenn man so gut gebe ich euch ein Upgrade für die Pokédexen danke jetzt könnt ihr alle Daten über Mega Pokémon speichern ich erwarte schon ich freue mich auf eure Deckungen was kann ich euch noch über Abenteuer erzählen was du hast Lachspürst Lapor besichtigt oh alle seine seine die da haben dich was haben keine Ahnung wo ist das das ist verrückt ja ich kann nicht glauben dass der Typ so weit gehen würde ich soll ist das Theo ich hätte dich wahren sollen nein das ist der andere Typ ich sollte dich wahren sollen was ich ihn in der Uni getroffen habe war er schon skrupellos er hat alles getan um wiederkannt zu werden und sich nicht darum geschert wer verletzt wird ich bin froh zu hören dass du ausbrechen konntest und deine Pokémon zurückgekommen hast du Gali-Kid ihr seid ein tolles Team ich bin froh dass ihr euch gefunden habt also Professor wir gehen jetzt hin oh richtig ihr habt die Arenas fast schon besiegt ach das war ja erst um sieben genau nur eine Arena bleibt noch übrig und sie ist Angelo statt Süden Leider ist der Ozean von voll von Piraten das ist ein großes Problem hier in Osttandor also wird es sehr schwierig sein übers Meer zu reisen nicht zu erwähnen vom Nuklear vom Atomkraftwerk das in der Nähe von Angelo ist ich mache mir Sorgen was auch immer oder wo wer auch immer diese Kernschmerzen verursacht hat wird wieder zuschlagen ich habe keine Angst vor Nuklear-Pokémon ja logisch nicht wenn sie gegen alles anfällig sind ja ich kann mir vorstellen dass ihr beiden selbst auf euch aufpassen könnt ich bin nur vorsichtig das ist alles übrigens sind da ein Pokémon Tier benötigt um auch ein Pokédex zu füllen es wird eine Pokémon werden nur am Boden des Sees sichtbar unter Manchen ja ist egal um sie zu finden habe ich hier zwei Vorwärms für euch ja Taucher toll super ich kann es nicht erwarten ein Pokémon am Boden des Ozeers zu finden und ich habe gehört dass dort legendäre Pokémon leben interessant Theon ich kann nicht ausdrücken wie stolz ich auf euch beide bin ich weiß nur dass ihr mich immer mehr beeindruckt ich habe die Schnauze voll von oben stehen ich gehe zu Angelo um einen achten Orden zu kriegen ja verschwinde vergib mir aber ich muss los ich mache Forschungen von Nuklear-Pokémon die Thunder Rangers suchen nach einer Heilung und da ist ja eine Elementare Ursache hat denke ich kann ich helfen wenn du irgendwelche Nuklear-Pokémon findest fang sie für mich ja ich habe ja eins Shana ich weiß dass du stark bist aber sei bitte vorsichtig das letzte Atomkraftwerk in Tandor ist Angelo ich mache mir Sorgen dass andere Kraftwerke auch Kernschmelzen haben könnten und schau nach Theo klar ja ok willst du mir nicht noch Fliegen geben ok ich habe die Beta-Version beendet ok das heißt ich bin jetzt hier soweit fertig ich könnte noch Items und Pokémon suchen aber ich werde erst fortsetzen wenn ich mir den letzten Orden holen kann ja es ist sehr schade dass es jetzt schon fast vorbei ist für den Moment natürlich aber ja wir werden uns dann dementsprechend wiedersehen wenn ich die nächste Arena machen kann ja aber bis dahin müssen wir uns wohl noch gedulden ich werde jetzt noch ein bisschen weiter spielen was ist das das ist das was ich von einem Typen gekriegt habe keiner kann es lernen ok Taucher ja ich mache jetzt diesen Part auch wieder ein bisschen länger ok keiner kann Taucher erlernen das heißt ich muss da noch Pokémon mitnehmen das Taucher kann ok ja ich werde jetzt noch zurück gehen und schauen ob ich nicht wirklich also ob ich gar nicht nach Süden kann und falls doch sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und falls nicht würde ich es jetzt schon merken dann werde ich diesen Part hier dementsprechend benennen ja also vielen Dank fürs Zusehen Leute ich hoffe es geht bald weiter weil das Spiel ist ziemlich cool es ist sehr schön gemacht es hat viele interessante Neuerungen und ja ich hoffe ihr seid auch dabei wenn es dann wieder weiter geht bis dann Leute bis dann